Also es ist jetzt der 12. September. Es ist 6.30 Uhr circa. Bin jetzt am Weg in die Arbeit. Danach muss ich zur Post und dann gehe ich Gym nachholen. Also ich mache halt alles inklusive Beine. Also ich werde wahrscheinlich drei Stunden im Gym sein. Okay, also ich habe jetzt das Paket, dass ich am Dienstag gesagt habe, dass ich zurückschicke, bringe ich jetzt endlich zur Post. Ich hoffe, die haben noch offen. Das soll eh funktionieren. Danach schneide ich das Video, das heute kommt. Und wenn ich damit fertig bin, gehe ich später am Abend mit einem Freund essen. Und danach, später, irgendwann gehe ich ins Gym. Das ist wieder nach Ewigkeiten. Okay, ich bin jetzt zu Hause. Paket ist abgegeben. Jetzt schneide ich das Video. Ich habe nicht einmal eine Stunde, das fertig zu kriegen. Also ich bin minimal im Stress. Aber es wird schon werden. Video wird hochgeladen. Es ist 19.30 Uhr. Ich habe zweimal einen massivst beschießenden Fehler gemacht, der mir erst nach dem Rendern auffallen ist. Jetzt habe ich da fast 40 Minuten nur mit Rändern verschwendet. Und ja, alles gegessen. Was sind wir fressen? Roots. Roots. Und was fressen wir? Burger. Burger? Gute Wahl. Sind Sie ready? Ja. Gut, chillig. Fertig mit Fressen. Jetzt fahre ich heim und fahre fett ins Gym. Es ist halb zehn. Ich sitze schon bis fertig. Meine Arme und den Rücken auseinandergenommen. Jetzt gehe ich heim, gehe duschen. Dann fange ich an, das Video zurechtzuschneiden. Das Video von morgen, was ich heute aufgenommen habe, dass ich das anfange, zurechtzukarten. Vielleicht zahre ich noch eine kleine Runde. Dann werde ich penningen. Okay, also ich bin jetzt fertig mit Arme, setze mich jetzt noch an schneiden und dann gehe ich schlafen. Wir sehen uns. bis zum nächsten Mal.